Hallöchen an diesem wunderschönen Sommertag. Es ist jetzt gerade ein bisschen Banane, denn heute gibt es hier in Duisburg 34 Grad und trotzdem bin ich jetzt hier, um euch was zu erzählen über unseren Adventskalender 2022. Denn tatsächlich ist der Adventskalender für uns die spannendste Zeit und der Vorverkauf startet diese Woche Freitag, also am 22.07.2022 um 10 Uhr geht der Adventskalender an den Start. Wenn ihr euch jetzt fragt, Mensch Christine, draußen 34 Grad, du erzählst uns was vom Adventskalender, warum ist das so? Das hat ganz einfach damit zu tun, dass wir den Adventskalender nur in Vorbestellung anbieten können, weil erst wenn wir wissen, wie viele Kalender wir packen müssen, fangen wir an zu packen, damit wir nicht, was weiß ich, 100 oder 200 Adventskalender zu viel packen und hinterher alles wieder auspacken müssen und so weiter und so fort. Deshalb müssen wir wirklich vorher wissen, wie viele Kalender wollt ihr wirklich haben und nur die produzieren wir dann auch. So, und jetzt habe ich gedacht, ich gebe euch einmal die Informationen, wie das Ganze läuft und was euch im Adventskalender erwartet. Vielleicht für euch erstmal das Wichtigste. Wir haben einen reinen Stempel-Adventskalender, das heißt, euch erwarten in unserem Adventskalender 24 verschiedene Stempelsets. Davon sind 23 in A8 und am 24. bekommt ihr dann ein etwas Größeres. Da gibt es ein Set in A7. Soviel erstmal dazu. Wie letztes Jahr auch schon werden wir den Kalender in einer deutschen und in einer englischen Version anbieten, sodass ihr vorher auswählen könnt, ob ihr die Texte, die im Kalender enthalten sind, gerne auf Deutsch oder auf Englisch haben möchtet und so könnt ihr den bestellen. Das war letztes Jahr ein bisschen chaotisch. Jetzt sind wir ja in den neuen Shop umgezogen und ich hoffe und ich glaube auch, dass diesmal alles glatt läuft damit. Die Stempel im Adventskalender habt ihr alle so noch nicht gesehen. Die hat es noch nicht gegeben. Die sind brandneu. Wenn ich den Adventskalender plane, mache ich mir relativ viele Gedanken, was ich da reinpacke, weil ich möchte nicht einfach irgendwelche Sachen da reinpacken, die ich so ein bisschen lieblos zusammengeschustert habe, sondern auch da ist es so, dass ich wirklich möchte, dass ihr, wann immer ihr etwas auspackt, euch richtig freut und dass wir uns dann hinterher in der Facebook-Gruppe oder wo auch immer alle gemeinsam drüber freuen und richtig Bock haben, die Sachen zu benutzen. Das ist das Ziel. Deshalb mache ich das in der Regel so, und das werde ich wahrscheinlich auch dieses Jahr so machen, dass ich am Anfang des Kalenders noch ein paar mehr winterliche Motive mache. Ich sage mal, Anfang Dezember sind wir ja noch nicht fertig mit unserer Weihnachtskartenbastelei in der Regel. Das heißt, Anfang Dezember sind noch eher winterliche Sachen drin und umso weiter es aufs Ende zugeht, desto allgemeiner werden die Dinge. Das heißt, Sachen, die ihr das ganze Jahr rum benutzen könnt, das ist mir wichtig. Denn am 24. braucht ihr nichts mehr auspacken, was nur für Weihnachtskarten zu benutzen ist. Das ergibt ja wenig Sinn. Deshalb sind auch ganz viele Sachen dabei, die ihr rund ums Jahr benutzen könnt. Wir hatten zum Beispiel Tiere mit Geschenken, die kann man das ganze Jahr benutzen oder eine kleine Kamera und so weiter und so fort. Was letztes Jahr alles drin war, werde ich, ich glaube, morgen nochmal abfilmen, einfach damit ihr einen Eindruck kriegt, welchen Stil ich da so verfolge und wie die Mischung so ist. Es ist nämlich so, dass ich darauf achte, dass wir winterliche Motive haben, dass wir Motive haben, die fürs ganze Jahr gut sind und dass wir Texte drin haben, dass wir niedliche Tierchen drin haben, weil ihr die immer besonders liebt und dass wir aber auch Gegenstände drin haben, die man auch benutzen kann, wenn man jetzt nicht so super auf niedlich steht oder vielleicht nicht überall Tiere auf den Karten haben möchte. Also ich versuche wirklich eine bunte Mischung zu machen, die alles, was Creates mal ausmacht, so ein bisschen drin haben. Und wie gesagt, es gibt Tiere, es gibt Gegenstände, es gibt Texte, es gibt Winterliches, es gibt Sachen fürs ganze Jahr. Das ist so die Mischung, die ich da verfolge und in den letzten Jahren wart ihr auch ziemlich begeistert darüber. Es gibt hier auf YouTube auch diverse Videos über die Adventskalender vom letzten Jahr. Ich selber habe letztes Jahr auch zu jedem Türchen ein Inspirationsvideo gemacht. Die kamen zwar nicht alle im Dezember, weil ich das nicht geschafft habe, aber es gab zu jedem Türchen am Ende dann ein Inspirationsvideo. Das heißt, es gibt eine Menge zu sehen. Wenn euch das interessiert, schaut euch doch da einfach mal um und ich glaube, dann kriegt ihr schon einen ganz guten Eindruck. Wie gesagt, ich versuche aber morgen auch nochmal eine Zusammenfassung zu machen, was letztes Jahr alles drin war. Dann seht ihr alles auf einen Schlag und könnt euch ein Bild davon machen, ob euch der Stil gefällt oder nicht. Ich weiß, dass es immer wieder Leute gibt, die sich nicht so gerne überraschen lassen und nicht gern die Katze im Sack kaufen. Und deshalb machen wir das so, wie auch in den Jahren davor, dass wir nur brandneue Stempel bringen, dass die aber irgendwann im Laufe vom folgenden Jahr, das heißt, irgendwann im Jahr 2023, kommen die dann nach und nach auch so ins Sortiment. Solltet ihr also sagen, ich lasse mich nicht gerne überraschen und die Dekoration und die Tüten und die Überraschung, das brauche ich alles überhaupt nicht. Ich möchte lieber nur das kaufen, was ich sehen kann. Dann verpasst ihr nichts. Dann kommen die Sachen nächstes Jahr auch einzeln ins Sortiment. Aber wenn ihr wirklich Lust habt, euch überraschen zu lassen und mit allen anderen mitzuhibbeln und im Dezember dann mit zu den Ersten zu gehören, die die Sachen haben, dann ist der Adventskalender auf jeden Fall das Richtige für euch. Es ist nämlich so, dass die Sachen nicht alle dann im Januar oder Februar rauskommen, sondern meistens starten wir so im April und verteilen das dann so aufs Jahr. Ich glaube, jetzt haben wir ungefähr die Hälfte vom letzten Adventskalender schon einzeln released und der Rest kommt dann jetzt in den folgenden Releases mit dabei. So, und jetzt kommen wir zu was ganz Wichtigem. Jetzt kommen wir zum Ablauf. Wie läuft das Ganze ab? Das läuft nämlich ein bisschen anders ab, als es in den letzten Jahren war. In den letzten Jahren war das so, dass wir einfach die Türen geöffnet haben, haben gesagt, so, jetzt gibt es einen zweiwöchigen Vorbestellzeitraum. Da könnt ihr alle bestellen und wir packen so viele Kalender, wie ihr bestellt. Ganz einfach. Das heißt, niemand konnte was verpassen. Das war sehr schön. Jetzt ist es ja aber in der Welt ein bisschen turbulent aktuell und die Lieferketten sind sehr lang. Ich habe im März gedacht, komm, dieses Jahr fängst du richtig früh an und habe die Adventskalender-Tüten designt in den Druck gegeben und dann von dem Hersteller die Info bekommen, alles klar, wir haben 16 Wochen Produktionszeit. Das heißt, fast vier Monate. Vier Monate Produktionszeit für die Tüten. Bedeutet, selbst wenn unsere Vorbestellung dann im August abgeschlossen ist, wenn ich dann nochmal Tüten nachbestellen wollte, käme die erst im Dezember und es wäre zu spät. Ich musste jetzt also pokern und überlegen, wie machen wir es? Und wir haben eine ziemlich große Anzahl Tüten bestellt, weil die Tüten zum Glück, sag ich mal, jetzt auch nicht so teuer sind wie die Stempel und sollten Tüten übrig bleiben, dann können wir die bestimmt irgendwie anders benutzen. Ich habe also eine relativ große Menge Tüten bestellt, aber trotzdem sind die Tüten der limitierende Faktor und es gibt eine limitierte Anzahl an Kalendern. Wenn die aufgebraucht sind, können wir keine Kalender mehr packen. So einfach ist es. Das ist ein bisschen anders als in den letzten Jahren. Das haben wir uns auch anders gewünscht. Aber es ist, wie es ist und ich musste die Tüten eben pokern, muss ich sagen. Also da habe ich auch letztes Jahr gewartet, bis ich eure Vorbestellung hatte, wusste dann, wie viele Tüten ich brauche. Und diesmal haben wir halt gedacht, wir bestellen ein paar vor, dann können wir schon mal ein bisschen was packen. Das hat nicht so gut geklappt. Also, es gibt eine Limitierung, die ist aber relativ hoch angesetzt. Ihr braucht also keine Panik haben, dass ihr am ersten oder zweiten Tag keinen Kalender mehr bekommt. Ihr müsst nicht am Freitag um 10 Uhr den Shop lahmlegen, so wie beim letzten Release. Ihr werdet ziemlich sicher den Kalender so schnell nicht ausverkaufen. Ich bin der Überzeugung, dass wir wahrscheinlich nicht ausverkaufen. Da gibt es im Team Diskussionen, weil wir auch gesehen haben, dass ihr unberechenbar seid. In den letzten Jahren habt ihr uns auch mit den Mengen, die wir da packen mussten, überrascht, kann man sagen. Deshalb würde ich nicht dafür garantieren. Aber ich glaube, ihr müsst nicht in Panik verfallen. Wer wirklich einen will und sich relativ zeitig dransetzt, der wird auch einen bekommen. So, und jetzt ist es ja so, dass ich die Tüten bestelle, bestellt habe und eure Vorbestellung kommt dann zwischen dem 22.07. und dem 7.08. Das heißt, ab dem 8.08. könnt ihr den nicht mehr vorbestellen. Dann ist die Vorbestellung gelaufen und wir fangen an, die Stempel zu bestellen in der richtigen Anzahl, die Tüten zu dekorieren in der richtigen Anzahl und dann eben nach und nach die Tüten zu packen und eure Kalender zu packen. Sollten wir jetzt merken, dass wir noch Tüten übrig haben, weil nicht alle Kalender ausverkauft sind, dann werden wir im September nochmal ein kurzes Zeitfenster aufmachen. Von, ich nehme an, ungefähr einer Woche, wo ihr dann für Spätentschlossene nochmal nachbestellen könnt. Allerdings ist der Preis da etwas höher. Denn wenn ich dann, wenn wir hier alles nochmal aufbauen müssen und wenn wir dann auch im Express quasi packen müssen, also es ist ja dann quasi eine Expressproduktion und die geht natürlich auch ins Geld. Auch wenn wir Stempel im Expressmodus bestellen, dann sind die teurer. Deshalb müssen wir da einen Aufschlag nehmen. Ich kann euch noch nicht genau sagen, wie, das werden wir mal durchrechnen, weil wir natürlich möchten, also wir möchten euch damit nicht in Unkosten stürzen, aber wir müssen schon gucken, dass der Mehraufwand irgendwie gedeckt ist. Solltet ihr also jetzt den Adventskalender verpassen, aus welchem Grund auch immer, weil euer Wecker nicht funktioniert, weil das kann ja auch sein, einfach gerade kein Geld da ist. Also sollte es irgendwelche Gründe geben, warum ihr den Adventskalender jetzt nicht vorbestellen könnt, dann wird er, aber auch nur dann, wenn er nicht ausverkauft ist, im September nochmal angeboten. Da werden wir dann die letzten noch online stellen. Da wird er dann aber wie gesagt teurer sein. Das ist eine wichtige Info. Ansonsten bleibt alles wie gehabt. Ihr bestellt vor, wir packen die ganzen Kalender, dekorieren die Tüten und so weiter und so fort. Und Anfang November gehen eure Kalender dann auf den Weg zu euch. Und dann wird gemeinsam gehibbelt und ab dem 1. Dezember packen wir dann endlich zusammen aus. Das war wirklich in den letzten Jahren wunderschön. In der Facebook-Gruppe ist dann richtig was los. Jeden Morgen freuen sich alle. Und wir haben uns in den letzten Jahren darauf geeinigt, dass wir erst ab 10 die Sachen dann auch in der Gruppe zeigen, damit niemand vorher gespoilert wird, der vielleicht erst später reinguckt. Das heißt, die Langschläfer haben dann auch eine Gelegenheit, erst reinzugucken und dann nicht gespoilert zu werden. So, aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Ich hoffe, damit sind alle Fragen erstmal zum Adventskalender geklärt. Das Wichtigste für euch, ach so, der Preis vielleicht noch, er wird dieses Jahr 99 Euro kosten. Und dann packen wir eure Kalender mit viel Liebe für euch ein und schicken die Anfang November raus. Solltet ihr noch Fragen dazu haben, dann stellt mir die gerne in den Kommentaren. Ich versuche alle Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. Und wie gesagt, morgen versuche ich da noch ein Video zu machen, wo ich euch einmal zeige, was im letzten Jahr alles drin war, damit ihr einen Eindruck davon bekommt, wie so ein Adventskalender bei uns aussieht. Die Tüten sind übrigens jedes Jahr auch anders. Deshalb habe ich die, wie gesagt, schon designt und in den Druck geschickt. Das sind andere Tüten als im letzten Jahr und euch erwarten da dieses Jahr andere Designs. So, da würde ich sagen, das ist jetzt eine ganze Menge Info für euch. Solltet ihr Fragen haben, meldet euch. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und versucht in der Sonne nicht zu sehr zu zerschmelzen. Macht's gut!